Hallo, mein Name ist Matthias von TV-Fei und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Notfallradio. Ein Notfallradio, wie zum Beispiel dieses hier, ist ein Radio, was über Akku oder Batterie auch dann funktioniert, wenn kein Strom mehr zu Hause ist. Dies kann durch Unfälle, Katastrophen oder Anschläge jederzeit passieren. Wenn der Strom mal ausbleibt, dann geht als allererstes der Fernseher und auch das Internet nicht mehr. Wenn man dann weiter informiert sein möchte, dann ist es gut, wenn man ein Radio zu Hause hat, was keinen Strom braucht. Auch die Bundesregierung empfiehlt, jedem ein Notfallradio bei sich zu Hause zu bevorraten. Ich möchte euch heute einmal dieses Notfallradio vorstellen, weil es aus unserer Sicht viele clevere Funktionen miteinander vereint. Denn es kann nicht nur UKW und DAW Plus, um die klassische Radio-Funktion zu gewährleisten, sondern es kann zum Beispiel auch über Bluetooth mit dem Handy verbunden werden, um eigene Musik zu hören. Und es kann auch das Handy aufladen. Das hat also quasi eine eigene Powerbank-Funktion. Aufgrund von der Größe, es ist nämlich ein bisschen mehr wie 17 cm breit, hat es hinten zum Aufladen auch eine entsprechend große Kurbel. Diese Kurbel mit seinen, naja, um die 11 cm ermöglicht es nämlich, im Ernstfall die Aufladefunktion auch einigermaßen vernünftig wahrnehmen zu können. Darüber hinaus kann es auch mit einer Solarzelle geladen werden, die man in verschiedenen Winkeln optimal zur Sonne ausrichten kann. Wenn gerade mal kein Notfall ist und Strom zur Verfügung steht, hat es hier an der Seite die Möglichkeit, mit USB geladen zu werden. Darüber hinaus hat es hier oben einen kleinen eingebauten Thermometer, eine Taschenlampen-Funktion, wo ich sowohl helles Dauerlicht habe, als auch Blinklicht. Unter der Solarzelle befindet sich ein Leselicht. Das geht einmal mit hellem weißem Licht. Es geht aber mit warmweißem Licht oder wenn beide zusammenarbeiten, in der maximalen Helligkeitsstufe. Das Gerät ist gegen Strahlwasser geschützt. Ein kleiner Regenschauer sollte ihm also auch nichts ausmachen. Ich würde euch als nächstes gerne einmal ein bisschen den Klang von dem Radio vorführen. Und da ich bei YouTube nicht einfach Radio abspielen kann, habe ich über Bluetooth ein, zwei Titel vorbereitet, die ich bei halber Lautstärke hier einfach mal abspielen lassen möchte. Noch einen zweiten Titel. Klingt auch recht ordentlich. Und das ist eben auch das Schöne. Es ist nicht nur ein Fall der Fälle Notfallradio, was man irgendwo im Keller vergräbt und dann in ein paar Jahren irgendwann sucht, wenn man es dann braucht, sondern aufgrund von den vielen cleveren Zusatzfeatures und Funktionen auch ein guter Begleiter im Alltag. Ich kann es zum Beispiel mitnehmen zum Angeln, zum Wandern, zum Campen ins Schwimmbad und habe da ein ganz solides, vernünftiges, kleines Radio, was ich wie gesagt an mein Handy anschließen kann. Und ich kann auch im Alltag mit dem Akku mein Handy aufladen. Wenn ihr noch zusätzliche Informationen haben wollt, dann könnt ihr hier unten in der Videobeschreibung einmal schauen. Da haben wir alle weiteren Informationen für euch aufgelistet. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit eurem Notfallradio und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020